Folge Nummer 8 zu Let's Play Feed the Beast. Wir sind immer noch hier im Dunkeln und wirklich Haus haben wir nicht. Wir haben höchstens erstmal ein Grundstück. Wir müssen trotzdem noch farben gehen und zwar brauchen wir unbedingt Diamanten. Und das nehmen wir jetzt auch in Angriff. So, wir gehen auf Spawn und lassen uns mal rüber beamen. Mit, ähm... Essen sieht es jetzt noch ein bisschen mager aus. Aber da kriegen wir auch hin. Farm... Farm World Wars. Äh, Farm World Wars sowieso. So. Und zack. So, jetzt sind wir wieder hier. Auf unseren ursprünglichen Ort. Da waren natürlich unsere Mine wieder. Hier ist ja schon was los gewesen. Sieht immer noch aus wie karl. Als wäre ich in den Krieg gewesen. Hier war gerade jemand, äh, dabei. Okay, wir müssen ganz tief. Für Diamanten müssen wir sehr tief. So, wir sind jetzt gleich auf 30. 20. Und 10. 9. 9 ist auch schon viel, vielleicht viel zu hoch. Bin mal runter auf... Ne, komm, wir machen hier weiter. Wir machen hier weiter. Okay. Die Minimap sagt mir, hier ist noch nicht so viel gewesen. Gut, das Aluminium lassen wir jetzt erstmal hier beiseite. Diamanten werden hier sehr schwer zu beschaffen sein, weil eben, äh, alles voll mit anderen Ressourcen ist. Aber wir werden mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, jetzt müssen wir natürlich wieder hier Fackel setzen, weil da vorne ist Silber. Silber ist eigentlich auch schön, wenn wir nämlich unseren Grinder haben. Also, das ist eine wirklich sehr große, spezielle Maschine. Dann können wir damit, äh, noch mal einzelne Klein-Dusts, also Piles, also wirklich nur ganz wenig, äh, Staub-Einheiten, ganze Unzen-Burst, äh, an, äh, anderen Materialen, also Metallen rankriegen. So, aber das Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist wichtig. Vielleicht finden wir hier irgendwie noch Diamant-Hintersteinen. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Hier haben wir uns einfach nur eine Strecke lang, bis wir wieder voll sind, weil hier ist es ja scheiße, ja? Hier wird nämlich die Welt einfach wieder wöchentlich generiert. Jetzt haben wir hier wieder Bauxite. Äh, ach Quatsch, äh, Nicolid und Lid, also Blei. So, was haben wir hier? Natürlich wieder Redstone. Wir müssen jetzt eine langweilige Farm-Sequenzen zwar durchgehen, aber ich kann ja die Zeit ganz gut verquatschen. Oder relativ gut. So. Okay. Das ist wieder hier, äh, Grass, sag ich schon. Das hier ist, ähm, Dirt. Wir müssen mal wieder die Schaufel rausnehmen. Den Bohrer, bei dem ist nämlich was schön Besonderes, dem ist nämlich völlig egal, ob es Stein oder Sand ist, der gräbt sich einfach durch alles durch. So, hier ist wieder Silber. Wichtig für mich. Da hinten ist auch wieder was. Silbermäßig. So, wartet jetzt mit Silber. Und hier ist dann, äh, okay. So, wenn wir jetzt auf der Strecke hier kein, äh, keine Diamanten finden, dann müssen wir halt nochmal eine Ecke tiefer. Wir werden jetzt einfach die ganze, äh, verdammte Strecke hier durchgehen. Weil hier wurde schon echt viel gefarmt. So, was haben wir jetzt hier? Lapis-Lazuli. Lapis-Lazuli wird auch für die besseren, äh, äh, Objekte hier gebraucht. Also, für die besseren Circuits. Schaltkreise. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht vertan. Jetzt haben wir hier wieder Kohle. Nehmen wir mit. Oh, Level 3, äh, Level 30 erreicht. Jetzt könnten wir eigentlich schon wieder verzaubern. Sparen wir uns aber erst mal. Ich weiß nicht, ob sie LXP hier drauf haben. Gucken wir mal kurz. EU-Wart nicht, T-Wart auch nicht, E-Wart. Okay, äh, XP. Sieht nicht danach aus. Industrial Lectorizer, Advanced Safe, Automatic Extractor, Fusions Material Extractor. Ne, das haben sie leider nicht hier drauf. Schade. Die haben keinen LXP hier drauf. Das heißt, wir müssen wirklich irgendwie unsere, äh, unsere, ähm, unsere Erfahrung andersweitig, äh, loswerden. So, wir gucken mal kurz, ob hier noch was ist. Natürlich ist hier was. Hier ist alles voll. Hier sind so viele Ressourcen. Wie gesagt, wer da durchsieht, hat halt bessere Karten. Und ansonsten kann man ja immer noch hier die GUI angucken. Also, äh, Not Time of Items. Oder Too Many Items. Oder was für die Items auch immer. So, jetzt haben wir hier, wir waren hier nochmal. Hier war nix, dude. Jetzt hat ein Duster. Graben wir hier weiter. Hier ist wieder Dicolit. Nehmen wir jetzt mal Notgedrungen mit. Hier ist irgendwo ein Zombie. Ja, ich sehe den schon auf der Minimap. Das ist nämlich der Vorteil der Minimap. Indexer dürfen nicht mit einem Storage-Bus an einem ME-System angeschlossen werden. Achso, ja, hier werden, hier werden jetzt auch einzelne Tipps noch hier eingeblendet, die für das Überleben der einzelnen Städte wichtig ist. Und hier war jetzt nichts mehr. Es kann ja immer sein, dass es immer schräg mal angesetzt ist. Also nicht, äh, an der Fläche zu Fläche, sondern wirklich schräg an der Kante. So, jetzt haben wir hier wieder Saphir. Und nicht gerade wenig Saphir. Wir haben jetzt noch ja vier Saphir und Irgendwo dann wird Kinaba. Okay, jetzt sehe ich da irgendwas Besonderes. Was haben wir denn hier? Saphir. Also, noch mehr Saphir. Ja, sieben Saphir. Edelsteine. Das passt mir eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir eigentlich hier weiter. So, sehr schön. Hey, gut, jetzt müssen wir hier ein bisschen ausfüllen. Okay. Gut. Wir graben erst mal hier weiter. Vielleicht finden wir ja, hier ist schon wieder Feroz. Also, das ist so die Bezeichnung für Platin. Jetzt mal noch eine Fackel hier hin. Und machen hier außerdem noch sicherheitshalber Steine hin. Nicht, dass die uns denn von der Seite erwischen. Aber der ist ja etwas weiter entfernt. Wir finden hier absolut keine Diamanten. Also, äh, so was kann mal besser, mal schlechter laufen. Aber ich habe eigentlich gehofft gehabt, dass wir wirklich schneller an Diamanten kommen hier. Wenn, dann müssen wir mal im Shop nachgucken. Aber das wäre ja auch wieder Blödsinn. Für diejenigen, die hier schon alles haben, ist natürlich, äh, kein Problem. So, Fackel. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Also, gehen wir weiter. Unsere Spitzhacke sieht jetzt auch nicht mehr so gesund aus. Braucht man eigentlich für einen Drill? So, wir nehmen natürlich den normalen Drill. Wir brauchen Stahlplatten. Wie macht man Stahlplatten? Wir brauchen dafür eine Plate Bending Machine und Okay, Kohle und Blast Furnance. Ach ja, das waren diese Dinger, die man drei mal vier mal drei mit einem Hohlraum herstellen mussten. Dafür brauchen wir Magma Magma Cream, Nita Brick und Soul Sand. Äh, Soul Sand, ja. Oder halt Infernal Brick. Können wir da gleich aus dem Zeug machen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Magma Cream, denn dafür Na, das wird ja ein Spaß, ey. Vielleicht müssen wir uns denn mal in den Kopf machen, wo wir denn da ran kommen. Äh, ja. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Schalten wir kurz das Licht an. Solange unsere Spitzhacke noch, äh, aktiv ist, können wir hier noch weiter arbeiten. So, jetzt haben wir hier Rubin gefunden. Und Galena. Also Galena ist immer noch die Mischung aus Silber und, äh, Blei. Und die müssen wir dann so in den äh Grinder schicken. Oder war der Grinder, oder nicht? Der Industrial Grinder auf jeden Fall. Ja, jetzt sind jetzt kommen hier viele Fachausdrücke vor, aber naja. Die Welt in Sehwertig damit meine, wenn ich so weit bin. Es wird ja nicht allzu lange dauern. So, na gut, okay. Wir sind jetzt hier immer noch nicht auf Diamante stoßen. aber auf genügend andere Edelsteine, die uns aber nicht so viel bringen, weil wir brauchen unbedingt Diamant, weil der will auch Diamant schlucken. Jetzt ist unsere Spitzhacke schrottet. Na gut, dann muss ich hier das Bandcut machen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht nicht hier unter Tage, vielleicht habe ich bis dahin auch Diamanten gefunden gehabt. Werden wir ja dann sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.